hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in green hell zusammen mit dem juli wie und je und wir sind tatsächlich etwas schlauer geworden man glaubt aber was doch hier irgendwo bananenblätter gehabt wir liegen noch zwei ich brauche eins herstellen wochen laufen knochen meine achse ist kaputt seil seil knochen rüstung geil so wo lege ich die an du machst dieses untersuchen ding und dann kannst du quasi drauflegen wie wenn du ein wurm loswerden willst das denn jetzt machen jetzt habe ich meine ärme geschützt hier mal ach du scheiße die frage die linken arme lohnt sich das keine ahnung bevor der baum da irgendwie zu komplikation führt fällig den mal ich komme da nicht mehr hin besteht nämlich mitten in dem ich habe voll die geile rüstung wunderschöne knochenaxt dass die knochenaxt mit knochenaxt mal sehen ob sie auch hat ja leute ist es und weil ich wir haben gerade wikipedia durchgelegt das offizielle media zum spiel ich habe mir die rüstung getroppt hallo jetzt habe ich außerdem getrunken das wollte ich jetzt nicht so ich bin jetzt habe jetzt an den ärmen rüstung saugeil so ich habe jetzt aber noch nicht ganz verstanden wie wie ging denn jetzt nicht so müsstest du jetzt was essen was essen ja ja nicht so warum ich habe ja noch hohes fleisch ach so habe ich auch das sind drei und abläuft wolltest du das jetzt mal probieren mit dem hier mit dem leben ja ich weiß aber nicht wie man noch mal diese mache ich die asche rein ja ganz viel wunderschön weil es regnen da auch gerade es wird sich ja gut anbieten weil dann passiert ist ja eh von automatisch naja hier klagerfeueraschel wie sieht jetzt das monalia das sieht so aus ich mache mich mal gleich auf die suche nach auf dem monalia jagt genau wie die aussehen ja ich weiß wie die aussehen ich habe doch vorhin hier harz gehabt das will ich jetzt auch mal testen leute diese diese folge hier wird jetzt viel um probiere rei und haben da so ich mache jetzt eine fackel wenn es eine richtige fackel war du hast eine richtige fackel eine richtige fackel ja keine fake fackel hoch was ist jetzt das ändert sich die ganze farbe ändert sich vom spiel hat es auch mit regnen ja stopp ich bin müde dann gehe ich nochmal ganz kurz aufs ohr hauen kann dann nur ein langer stock raus kannst du nicht erzählen ja ich versuche halt dass es den leben dingen jetzt erst mal ein bisschen leben ja das musst du machen ja so jetzt haben wir hier leben ziegel das kann ich jetzt sagen wir haben schon zwei komplette hier zwei komplette ständer voll mit stücken so drei lehre dinger so falls du kohlenhydrate brauchst dann jetzt heute mal an zerfallen in einer stunde ich habe doch selber hier eine stunde eine banane geht noch auf die suche macht du bist denn wir hören uns alle das ist so ein glattes blatt ich finde dich seien noch fleisch mitbringen wenn du willst apropos gleich es ist nur gekocht nicht verbrannt vermutlich sehr knapp dran aber das ist jetzt wieder ein tag lang gut so liegt hier überall noch ein palmblatt rum so was will ich jetzt machen mhm lehre form eisen will ich ne eisenachs machen probier einfach mal probier erstmal dann brauche ich noch einen stock und zwei steine nein wildschwein du wirst noch nicht getötet keine angst und den seil habe ich dann mache ich mir mal eine steinaxt scheiße wie sieht wie sieht monalia aus ich hab's wieder vergessen was ist das du sagst was von ähm von glattes hat glatte blätter das weiß ich fessig und ist klein auf dem boden alles ist klein ja es ist halt nicht ein größeres gewächs weißt du ich bin hier mal gespannt was du oder machst diese gegenstände können nicht kombiniert werden nice try nico was ist denn eine steinachse ach das ist einfach nur ein stein und ein das ist noch mal was anderes ja war ein netter versuch scheiße wie selten gibt es denn dieses monalia blatt nein ich tagebuch das kommt sagt mir dass es das ist ich habe es gefunden das hat eine gelbe mit gelbe blüte hat das ganz kleine gelbe blüten scheiße wo bin ich denn jetzt ich bin einem wasserfall ich dachte in die richtung geht es nach hause ich habe hier irgendwas was mir energie gibt es will mir sehr weiterhelfen ich bin überfordert da ich da ich eigentlich fast dauerhaft verdorrte pilze aus meinem inventar schmeiß es ist jetzt einfach ich kann der kann lecker ok ich bin ist er voll wenn nico wenn wir dem fluss hier in flussrichtung folgen dann kommt ein riesiger wasserfall muss man auch mal gucken das mal mal gucken so jetzt kommt dieses monat ja bleibt erst mal die kisten dann ist es sicher weil ich habe schon gemerkt wenn wir sterben ist das weg und das ist eher nervig was hast du da auch gestellt grüßt ding hier was ist denn hier aufgestellt was ist das denn unbekannte frucht verdorben genau verdorbene früchte grüßtig noch die start die starte bis kasten war irgendwie esse ich immer was was ihm nicht so schmeckt ich gehe mal weiter auf die suche jetzt gehe ich mal fluss aufwärts bei diesen überall pilze wenn man die haltbarkeit in eine andere ohne damit und ein oder nicht für einwohner ich sehe einen hier bei mir fluss aufwärts komm mal fluss aufwärts das ist glaube ich nur einer wie weit das sind zwei nicht weit hier oben das sind zwei das sind wir waren erst und sperr das und sperr welchen nimmst du oder sollen wir einfach drauf drauf zu laufen das werfen hat er nicht nie wirklich was gebracht ich bin ja so jetzt den recht du nimmst den rechten sie greifen an der ist hier ist der hat nämlich ein bogen ich habe den einmal ich weiß ich weiß nicht wo der ist der bogen hier bei mir ich brauche Hilfe ich sehe ihn nicht ach hier doch ich sehe ihn hab ihn hab ihn die sind ja voll lame die sind ja so schlecht ja ich bin an ich bin an unserem lager ich habe ein obsidian knochenmesser von dem bekommen der hat hier einen bogen ich kriege einen bogen von dem ich kriege eine obsidian knochenklinge oh mein god vor allem obsidian knochenklinge ja jetzt ob sie denn oder knochenklinge ja beides so und den bogen wofür ich keinen platz mehr habe steinaxt ansonsten gibt es nichts interessantes hier hier ist der kleine wasserfall ok hier liegt eine fackel ja das tut sie es gab doch ewig viele knochen wenn man hier die dinger sammelt oder die menschen ich schmeiße zwar das fleisch weg aber es gibt viele knochen so woher will ich denn noch einmal er war fleisch so wo war der andere irgendwo hier unten liegen ich bin doch irgendwo hier unten gemacht dies wollen die nach einer zeit schon die menschen oder ja ich bin den einen immer wieder der lag hier hier und dem holz steht habe ich den kaputt gemacht hier ganz viel stück ich bin schon wieder dreckig unglaublich wie sieht es aus bisschen proteine könnte ich gebrauchen 1a alles ganz oben warum macht es jetzt hier unsere lager sind alle voll machst du nix ich glaube das feuer hinten ist aus oder haben wir jetzt ein bisschen rasch herum und kohle ja läuft doch ein nettes essen kann ja habe ich schon habe ich schon bringt recht viel aber das war doch jetzt ein schönes ende von dieser folge also wir haben jetzt festgestellt die einwohner hier die sind ja richtig läppig die können gar nichts und in diesem sinne verabschieden wir uns von dieser folge wir sind in der nächsten folge wieder das ist gerne wissen wie es euch gefällt ja wir sehen uns nächste folge wieder bis dann